moin leute damit herzlich willkommen zum test der red flam von brockhoff freunde bengal artikel für 1,49 euro im action gekauft müsste 18 gramm haben das sind jetzt hier ja 18 gramm NEM und das ganze testen jetzt für euch in der farbe rot gibt es noch in gelb in gelb wird es zunächst in meinem kanal folgen für 1,49 euro vom preis her schon mal ganz gut ne? ja auf jeden fall. testen wir das ganze schöne red joa ne starke flamme das schnee dabei einfach nur freundes muss ganz geil sein aber das ist schon ein ziemlich geiles rot ne? das ist echt geil aber man sollt ihr nicht direkt wieder hinsehen? ja 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 für 1,49 euro ist es echt ziemlich lang. ja noch ziemlich gut. könnte man an so dass du gute mastwarnichtung damit machen ne? oh ja. ich frag mich dass das rot ist ziemlich geil für mich ist ziemlich mal so ein bisschen rum. ja das hast du weg. hier gab es einen grünen flamme. ja die kleine grüne flamme. ja die kleine grüne flamme war da ne? ja das war's. red flame für 1,49. starkes ding ne? fahrt sich echt positiv überrascht. ja da werden wir jetzt bald mal noch das gelbe testen für euch und das war's mit dem video. bis dahin. ciao.